Lange nicht mehr gemacht. Endlich ist es wieder mal soweit. Willkommen bei der ultimativen Wikipedia-Show. Mal schauen, was wir machen müssen. Guck mal. Ach, Geschichte. Geschichte. Ah, bitte, Alter. Renaissance. Ach, oder Neuzeit. Das ist cool. Was ist das? Aha, ein Wünsch. Aber da hat dann sich größer Mensch vier Arme für Beinehaut. Das ist einmal für mich. Eee. Den wir aufs anderes ein. Also das ist ja was. Wow. Mal Hamburg. Schau was hier zu stehen. Nein, das könnte schon mal sehr interessant sein. 5.000 Einwohner. Boah, ey. Aha. Na, mal ein Bild. Klick mal an. Ich finde dieses Bild total spannend. Was ist denn das jetzt, hä? Worum diese scheiße Werbung jetzt her? Nein, nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott. Was erwartet das? Ah, jetzt mal wieder. Ah, hier haben wir. Schultwort. Wirklich mal ein Wort. 20 Giraffegradier. Wobei sich dieser Giraffe hergarten, weiß ich jetzt nicht. Was ist denn das? Salzgewinnung. Säkularisierung. Wiener Kongress. Aha, da wurde es ein Emperor angemeint. Jetzt gehen wir weiter runter. Kultur. Ein Kartenkratierwerk. ein Doppelkunstgestänge was ist das mal noch das na gut ich bin auch schon fast durch kulti-klarische Spezialitäten damals in Kölzner Saal und Buskutweiner ok nein, das ist schon mal so ah, Bahnhof und auf Wiedersehen wünsche euch alle einen schönen wikipedianischer Tag bis später da pieper pieeeep bis später